einen wunderschönen donnerstagmittag wünsche ich euch hier ist eine neue folge ist 19 abb team challenge auf der dürenroh zusammen mit dem martin meiner wenigkeit so ihr lieben nun geht das weiter ich bin sofort fertig mit an kalken an kalken ist auch ein geiles wort wird dann auch mit an kalken ich hole gleich was fehlt was hier ist ein quadratmeter wo kein kalt drauf muss noch mal zurückfahren und noch mal wiederkommt ja ich bin auf dem weg das ist der fleck der hier auf dem feld gelandet ist also das ist der name man das ganze mal was handy ja mach man fertig ändert mal die kamera perspektive aufs feld dann sehen die leute mit kleiner arbeiten der fleck kalt der da liegt der fehlt mir auch ich ich Das war's für heute. Wir haben weit und weit gesucht. Leider haben wir dabei nichts gefunden. Aha. Jetzt wir verarschen. Aha. Gerle. Gute Nacht. Ja, das ist immer schön. Warum ich... Schreibst du eigentlich Ende und los? Es nimmt doch sonst keiner auf, oder? Nur damit es die anderen wissen. Doch, der... Marvin nimmt auf. Marvin. Genau, der Marvin nimmt mit auf. Der vom LU nimmt mit auf. Uwe! Moin! Moin! Vielen lieben Dank für deinen Raid. Dankeschön, mein Lieber. Danke, danke, danke. Moin alle Raver. Äh, Raider. Raver. 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 Oh. Rundenburg Gaming, danke für dein Follow. Genau. Oh, jetzt kommen alle rein hier. Genau. Ähm. Ist der denn doof, ey? Genau, der Martin, der tut jetzt noch den Rest dreschen. Äh, Kalken. Dreschen. Fertig. Sonst häng mal wieder ab, dann fang ich an mit der Ansaat. Dann kannst du hier den Kalker gleich wieder wegbrechen. Ja, alles gut. Äh, ich fang erst mal an jetzt. Äh. Krass. Werde. Also, ausklappen. Genau, wir wollen nämlich so ein bisschen Hafer drauf machen. Du frisst das Mikro auf, Junge. Echt? Ich friss das Mikro auf? Ach du Scheiße. Grüße, Uwe. Hallo, Uwe. Mahlzeit. Hä, nix los. Der Pausen-Nanny. Klar, voll am Arbeiten hier. Hey, absenken. So, jetzt geht's mal. Lala. Jo, auf dir. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. So geht's. Oh nein, mein Trecker. Krieg weiße Reifen. Weißwand Reifen hier. Glaubst du das waschen auch wieder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gleiche mit, mit Hanglage ansehen. Jupp. Er hat aber einmal schön hier rumgezogen. Nice. Nett, du, 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 du. Voll ist auch geil. Nur die Reifen sind weiß, aber so mal vielleicht das Schutzblech oder so? Nein. Das heißt. Das Gewicht, also deine Cherrybox, die wird auch gleich weiß. Aber Kalk ist so hartnäckig, das kriegst du so bescheiden wieder sauber. Das ist echt so. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja, der Marvin hat einen Kanal. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten auch unter... Was? Unter den Videos ist es auch drunter. Richtig, genau. Unter den Videos ist es auch drunter, auf jeden Fall, ja. Und dort ist unser Discord. So sieht's aus. Gar keine Rundumleuchten an mir. Machen wir mal. Randaleleuchten anmachen hier. Vor allen Dingen auf dem Feld. Ja, klar. Juli, der Bauer, vielen Dank für dein Follow. So. Hier sicher auf dem Feld. Muss auch gesehen werden, Mensch. Wenn da mal so ein Kaninchen rumhüppelt, ne? Nachher krieg ich eine Anzeige. Ja, Kaninchen nicht gewarnt, oder was? Ja, richtig. Oh, die Vögel, die hier auf dem Feld rum sitzen. Äh, ja. Ja, hier stand nur ein Wald. Doch. Doch. Nu geht. Doch, geht. Irgendwas passt noch nicht. Ich bin am Gucken. Ansonsten, ähm... Ach, ich weiß warum. Klick doch einfach mal auf den Link da unten. Genau, klick mal. Guck mal, im Stream siehst du einen Link. Äh, wo Discord. Ausrufezeichen Discord. Das ist der Link zu meinem Discord. Drück doch mal drauf. Dann wirst du direkt hin verbunden. Und wenn du da bist, sagst du eben Bescheid, dann gibt es Rechte. Richtig, genau. Rechte und Linke. Das ist auch wieder sauber. Was? Sauber? Geht ja gar nicht. So was. Würdest du hören jetzt sagen. Naja, hier gibt es keine Patina. Genau. Patina gibt es nicht. Fatima. Und Uwe, hattet ihr da einen schönen Stream? Was habt ihr denn gemacht? Bestimmt wieder nur Blödsinn. Wenn Lukas dabei war. Und alle, die den Uwe noch nicht kennen, die können den Uwe ja mal auschecken. Hast du noch nicht drin, den Commander? Genau, die müssen den Uwe mal auschecken. Uwe Neumann auf YouTube. Gerne mal vorbeischauen. Ein Abo da. Ja, ne, ist klar. So, sag Bescheid, wenn es schlimmer wird. Check this out. Weißt du Bescheid? Ja, ja, ja. Den Command müssen wir den noch einrichten. Da, Ausrufezeichen, der Abo und dann Namen. So, was können wir denn sonst noch erledigen? Mal eben schnell gucken. Äh, hier kannst du einmal wieder drüber düngen. Falls es noch nicht vorhanden ist, in der zweiten Düngerstufe. Du bist doch gerade am Ansehen. Wie soll ich ihn dann schon wieder düngen können? Da musst du jetzt die ganze Wachstumsstufe drauf, oder nicht? Nein. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Na gut, dann. Ich weiß das. Ich weiß das. Ja, hat es L.U. gute Arbeit geleistet. Wenn wir das nicht hätten, hätten wir ein anderes. Guck mal, wer da ist. Geht doch. Hat es das geschafft, ja. So. Jep. Teil mal die Stürmer und die Linke. So. Jetzt muss sie halt nur erstmal einen Sprach-Channel, also wenn sie mit uns jetzt sprechen möchte, einen Sprach-Channel betreten. Damit wir sie ziehen können. Oder sie kommt automatisch. Marvin, bitte. Ja, L.U. ist heiß begehrt, ihr Lieben. Das ist so. Viel zu. Ja, viel zu tun. Die Verifizierung hast du gemacht. Lotte? Da brauche ich ein Headset. Ne, brauchst du nicht. Du kannst auch mit deinem Telefon, kannst du Lautsprecher anmachen, da brauchst du noch kein Headset. Richtig. Das geht auch so. Wenn du den bei der Verifikation da verifizieren und den Haken gemacht hast, dann geh mal in irgendeinen dieser Quatsch-Channels rein, wo du rein kannst. Ich weiß jetzt noch nicht, wo du... Ich weiß jetzt noch nicht, wo du... Laberecke kann sie rein. Da können die... Standardleute, die verifiziert sind, können da rein. Hier mal in die Laberecke. Team Lila ist schon wieder am Düngen hier. Junge, Junge, Junge. Die Romy ist ja am Arbeiten, das ist ja Wahnsinn. Ja, aber die reißt weit weg, ne? Oh, ehrlich, du. Fleißiges Bienchen. Muss ich bestimmt beim Aggie einschleimen. Ha, 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 ha. So, warte mal. Ihr Lieben, sind wir schon wieder fertig für heute? Ja, Zeit rennen, Zeit rennen, Zeit rennen. Ähm, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Und ja, wir sagen Tschüss und Bye-Bye. Bis morgen. Tschüss, tschüss.